hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute einmal ein ganz spontanes video ganz entspannt oder ein relativ spontanes video ein bisschen was habe ich mir doch aufgeschrieben jedenfalls so viele worte wären verschwendet an jene die sie nicht brauchen aber wie odo marquardt es einmal gesagt hat wer auf das erzählen verzichtet der verzichtet auf seine geschichten und wer auf seine geschichten verzichtet der verzichtet auf sich selbst von daher wird dieser relativ spontane beitrag wie gesagt ja heute eine bestimmte eine ganz bestimmte persönliche geschichte aus meinem leben erzählen von mir und durch eine gewisse reichweite in videoform wird das ganze wohl keine verschwendung an worten sein aber wie auch immer es geht um die tatsache dass ich seinerzeit vor meiner selbstständigkeit ein wirklich ansehnliches brutto jahreseinkommen insofern abgelehnt habe als ich sozusagen endlich auf mich selbst hörte und meinen ganz eigenen interessen folgte und dann zunächst zwar nur noch für einen bruchteil des ganzen was ich vorher verdiente aber dafür habe ich immerhin seelenfrieden gefunden und das ganze das war durchaus ein sehr langer weg denn dem wenn man so will mammon abzuschwören und sich dann wieder in den urgründen der eigenen seele zu verankern das ist alles andere als leicht das kann ich euch sagen bei mir war es jedenfalls so dass je mehr ich sozusagen karrieretechnisch voranschritt oder hinauf kletterte oder besser gesagt je schneller ich im sinnbildlichen hamsterrad lief desto mehr hielt ich unter anderem einen tinnitus aus ja hier auf diesem ohr ja ein tinnitus von dem ich heute weiß dass ja dass er zumindest in meinem fall so etwas wie eine körperhalluzination war ein innerer schrei oder auch ein wach klingeln im wahrsten sinne um nämlich nicht mehr länger zu verdrängen respektive zu überhören was oder das mein gegenwärtiges leben nicht meinen wirklichen bedürfnissen und gefühlen entspricht oder entsprach so wie ich das heute sehe sind die meisten seelichen störungen darauf zurückzuführen dass das individuum sich zu sehr zu ausschließlich mit äußeren interessen befasst und daher versäumt hat sein eigenes inneres gesetz zu finden und ihm schließlich gehör zu schenken und als ich das ganze dann aktiv umsetzen wollte oder ich begann damit das aktiv umzusetzen jedenfalls in der folge dessen da habe ich dann plötzlich in kein Arbeitsverhältnis Abhängigkeitsverhältnis besser gesagt habe ich nicht mehr so wirklich hineingepasst so dass dann schlussendlich nur noch die Selbstständigkeit blieb um ständig ich selbst zu sein man muss sich das überhaupt einmal bewusst machen was das eigentlich für eine Zumutung ist dass man seine Psyche beispielsweise mit irgendwelchen belanglosen Codes von Computerprogrammen des Arbeitgebers oder auch mit Klatsch und Tratsch von Arbeitskollegen belasten muss oder um es noch prägnanter zu formulieren was das für eine Zumutung ist dass man mit fremden Menschen mit fremden Tätigkeiten dass man mit dem Ganzen da mehr Zeit verbringt als mit der eigenen Familie ja was ist denn das es geht jedenfalls darum auf sich selbst zu hören und vor allem sich selbst zu vertrauen um nämlich auch einen Sprung ins ja ins absolut Ungewisse wagen zu können und dabei geht es eben nicht um die Frage ob man dieses liebt oder jenes wünscht sondern es geht um die Frage ob einem die Bedeutung dessen bewusst ist was man tut die meisten Menschen neigen nämlich zu einer völlig verzerrten Sicht ihres eigenen Lebens und sie entwickeln Strategien wie sie Ereignisse sinnvoll miteinander verknüpfen können und dann weisen sie ihnen auch noch entsprechende Bedeutungen zu aber es bleiben nicht selten innere Unruhe und Unbehagen als Ausdruck eines schlechten Gewissens was sinngemäß die Kenntnis über uns selbst ist das Gewissen und Frustration kann auch zu Aggression oder zur Aggression führen wofür allein unsere gegenwärtige Gesellschaft Beispiel genug ist um es auf den Punkt zu bringen der meines Erachtens richtige Weg zur Selbstverwirklichung der führt durch die Angst hindurch weil man sich dann nämlich aktiv mit ihr mit der Angst auseinandersetzen muss denn Entscheidungen die nichts kosten sowie Lösungen die keine Angst verursachen das sind die das sind die angenehmsten Fesseln der Welt sozusagen die aber eben echtes persönliches Wachstum verhindern weil man in der sogenannten Komfortzone gefangen bleibt und beispielsweise Fast Food ist auch nur ein weiteres im wahrsten Sinne Gewicht sodass man seinen Arsch nicht mehr hoch bekommt Hermann Hesse hat einmal über sein alter Ego mit dem Namen Steppenwolf geschrieben dass er sich nie für Geld und Wohlleben nie an Frauen oder an Mächtige verkauft hat und dass er der Steppenwolf hundertmal das was in aller Weltaugen sein Vorteil und Glück war weggeworfen und ausgeschlagen hat um dafür seine Freiheit zu bewahren besser kann man es wohl nicht auf den Punkt bringen finde ich wie sind eure Gedanken oder auch Erfahrungen zu dem Ganzen schreibt jetzt gerne einen Kommentar unter dieses Video ich bin schon sehr darauf gespannt was ihr schreibt einstweilen wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet ja und dann kommen auch bisweilen mal solche spontanen Videos wie heute jedenfalls dann abonniert jetzt diesen YouTube Kanal das ist kostenlos es tut nicht weh mir hilft es sehr weiter weiter zu machen und ihr verpasst wie gesagt auch kein zukünftiges Video genau was bleibt noch zu sagen vergesst den Daumen nach oben nicht wenn euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video wieder euch alles erdenklich Gute habt eine tolle Woche auf bald bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020